Dona Trudani, am Schluss steht es 1 zu 1 in diesem hart umkämpften Spiel zwischen Lugano und Ibe. Das war ein grosser Kampf. Weshalb war es heute so ein schwieriges Spiel gegen Lugano? Ja, wir haben gewusst, dass es nicht einfacher wird gegen Lugano. Die haben auch sehr gut gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit nicht den basischen Sachen genug gut gemacht haben. Die Aggressivität, die Intensität und dieser Wille, aber die zweite Halbzeit war schon viel besser. Darum machen wir auch die 1-1. Wir haben viel, viel mehr Chancen gehabt, auch in der zweiten Halbzeit, auch noch GP ganz am Schluss. Aber ja, wir haben gewusst, dass es nicht ein einfaches Spiel wird. Aber ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr holen und noch besser machen. Du hast gesagt, in der ersten Halbzeit hat es irgendwie etwas gefehlt. Wie war die Stimmung in der Pause, in der Kabine? Ja, in der Pause. Wir haben auch selber, die Spieler haben die Worte gesagt, was wir machen müssen. Wir haben alles gesagt, dass ja, Jungs, es ist nicht genug. Wir können nie zufrieden sein und wir müssen einfach mehr, mehr, mehr machen. Und der Trainer hat genau die gleiche Sache gesagt. Und ich denke nicht, dass jeder Spieler nicht zufrieden ist mit seiner ersten Halbzeit-Performance. Und die zweite Halbzeit haben wir probiert, das besser zu machen. Das war ein Spiel, das am Schluss 1-1 ausgeht. Ich glaube, heute war auch wichtig, einfach nicht zu verlieren. Ja, genau. Wir wissen das hier. Also es ist nie schön, hier in Wangendorf Punkte zu verlieren. Aber eine 1-1 am Schluss ist auch nicht schlecht. Aber wir haben trotzdem zwei Punkte verloren. Aber ich denke, dass am Schluss, wir könnten auch die 2-1 machen. Und man hat heute auch gesehen, grosser Abstand von Ibe auf die Konkurrenz hin oder her. Die Liga ist eng beieinander. Und es gibt schwierige Spiele gegen jedes Team. Ja, gegen jedes Team ist es ein schwieriges Spiel. Und wir wissen schon, dass jede Mannschaft wir gegen Ibe gewinnen und jede Mannschaft wir gegen Ibe alles geben. Vor allem hier in Wangendorf. Und wir wissen, dass jedes Spiel ist wichtig und es gibt keine einfachen Spiele. Also eine gute Erholung und einen schönen Abend. Merci, Donna.